Hey, schau, schau, willkommen zurück zu euch bei Punch Out, ich bin Chazabelle 5 und Heute geben wir Don Flamenco, der jetzt offenbar zu einer schwarzen Rose geworden ist, so wie es aussieht. I punched the shit out of you. Ich werde die Scheiße aus dir rausklopfen, ich kloppe dir auch dein Toupet gerne nochmal von der Birne. Nur mal so. Bitte le Mecke. Er ist einfach nur super pissig und hat derber trainiert, ich sehe schon. Alter. Ich habe Probleme mit dem Bein, kannst du mir mal helfen? Scheiße. Okay, er ist immer noch so ein Konterfreak. Ja, er ist immer noch so ein Konterfuzzi, aber er macht um einiges mehr Schaden. Ja, ich sollte... Ich sollte unten gar nicht mehr als Option sehen. Wobei doch eigentlich schon. Okay. Der war gut. Oh, ach ja. Heiliger. Vega, Vega. Er kann aber auch selber angreifen. Aber ich kriege irgendwie mehr raus, wenn ich ihn zuerst angreife. Das könnte interessant werden. Der macht echt hart viel Schaden. Also ein Schlag tut echt unglaublich weh von ihm. Das ist abnormal. Seine Schläge tun weh. Ich wollte gar nicht sagen. Wieso? Hä? Hä? Warum? Vega, Vega. Das ist sehr tödlich. Ich glaube, er ist high. Ja, 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 ja. Der Typ ist Nazi. Er greift doch selber an. Wir können das recht nicht langweilig gestalten hier. Zwei, zwei, vier. So wenig? Wisst ihr was? Ziehen wir durch. Ich hab Zeit, mein Freund. Eins, zwei, drei, vier. Langweilig. Aua. Du, mein Freund. Du kannst so viel Haki benutzen, wie du willst. Das ist mir im Grunde scheißegal. Weil ich hab dich schon... Moment mal, er hat mich zweimal down, glaube ich. Scheiße, er hat mich zweimal down. Moment, das heißt... Okay, Moment. Vielleicht kann ich das noch retten. Ich muss sie noch einmal down kriegen. Hey! Wissen wir manchmal die Gelegenheit nicht, gibt es ein bisschen unfair. Eins, zwei, drei, vier. So, jetzt haben wir ihn auch zweimal. Jetzt haben wir ihn auch zweimal. Das ist gut. Ich glaube, ich werde den Rest jetzt mal aussitzen. Mal gucken, ob ich gewinne oder nicht. Vor allem, wenn er mir die Faust schon... Ja. Haki! Ein Königs Haki. Ich bin so scheiße, wisst ihr das eigentlich? Ja, steh nicht auf. Bleib liegen, ist gut. Ich glaube, beim alten LP hatte ich das 10.000 Mal, dass er wieder aufgestanden ist. Obwohl das teilweise gar nicht sollte. Und jetzt soll er es und jetzt macht er es nicht. Wobei, ich hätte ihn ja danach eh nicht mehr gekriegt. Was am Ende schneller wird, hätte ich nicht gedacht. Ja, ja. Blubber mir hier kein Vorfett, Backe. So. Ich muss einfach Führung haben und dann... Wenn ich einmal die Führung habe, ist gut. Weil dann sieht sich das aus. Achso. Ich dachte, da kommt noch ein Vierter, verdammt nochmal. Oh Mann! Ne. Das ist kacke. Das ist kacke. Mach doch neu! Ich kann hier nicht jedes Mal meine Wii komplett anders halten, nur weil ich neu starten will. Weil ich auch gar keinen Bock drauf. Kann man irgendwie bestimmen, was er für ein Konter luft? Nö, er macht einfach irgendeinen. Er macht einfach irgendeinen. Soll mir recht sein. Lang. So wenig Schaden. Krieg ich dafür. Wissen Sie, es ist krank. Ich krieg so wenig Schaden, aber dass ich so tödlichen Schlägen ausgewichen bin. So. Wir haben ihn perfekt im Grunde down gekriegt. Im Grunde muss ich das Ganze jetzt nur noch ziemlich derbe aussitzen. Weil ich bin in Führung. Und er kontert ja mich irgendwie gefühlt nur. Aua. Da krieg ich auch nochmal ein bisschen Free Damage jedes Mal. Jetzt macht er nur noch Haki. Warum soll ich mich jetzt hier groß mit ihm anlegen? Da verliere ich bei. Wisst ihr, da verliere ich. Wenn ich mich jetzt groß mit ihm anlege, da verliere ich doch. Das ist... Warum soll ich mich jetzt groß mit ihm anlegen? Warum soll ich denn jetzt hier groß den Kampf provozieren? Wenn er nicht kämpfen möchte, ist das doch nicht mein Problem. So sehe ich das. Da er macht ja immer nur den Scheiß. Warum soll ich denn jetzt hier groß den Kampf provozieren? Ein Jedi hat mal gesagt. Die besten Kämpfe sind die, die man vermeiden kann. So, und schon kriege ich nochmal ein bisschen Damage raus. Verehrt mich ja noch nicht einmal down. Das ist es ja. Das ist alles, was er kann, ist das. Das ist mir im Grunde egal. Das ist einfach. Dich sitzen wir aus, mein Freund. Für dich verschwenden wir doch jetzt gar keine Zeit hier. Warum soll ich? Du mit deinem Omega-Zinken. Ist das mir aufgefallen? Wie können Frauen überhaupt auf dich stehen bei diesen Zinken? Das ist ja... Wenn man dich küssen würde, das muss ja für dich wie eine Nasenspülung sein. So, zweite Runde einfach mal durch, ohne großen Schaden davon zu tragen. Mach du doch! Ich stehe da drüber. Ich muss nicht kämpfen. Ich habe hier niemandem was zu beweisen. Ich bin der Champion. Du willst den Titel, nicht ich? Ich habe ihn schon. Du hast versagt, ihn zu behalten. So schaut es aus. Da, locker. Ganz ehrlich. Was habe ich zu verlieren gerade? Ich bin so in Führung. Ich baue meine Führung sogar noch aus. Ich gebe dir. Dir gebe ich. Dir zeige ich, wer hier der Babo ist. Wollt's aber auch jetzt wissen. Haki! Immer noch langweilig. Man kriegt da so wenig Schaden bei raus, ne? Das ist, glaube ich, echt die langweiligste und einfachste Art, ihn zu plätten. Und das ist mir so egal und da bin ich stolz drauf. Ich kann sagen, ich bin derjenige, der den Kampf vermieden hat. Er wollte nicht kämpfen. Also habe ich gesagt. Weißt du was? Gut. Das Publikum hat sich bei dir bedanken, dass sie sich gelangweilt haben. Du wolltest nicht kämpfen? Ich muss ja niemandem was beweisen. Ich bin der Champion. Du willst der Champion sein? Hast du aber verkackt. Ja, derbe Ausdauer. Kannst du mal sehen. Ich habe derbe Ausdauer. Ich habe Omega-Dauer. Ich habe die Omega-Ausdauer. Ich habe die Klopp-Dauer. So schaut's doch aus. Du bist so langweilig, Digga. Du bist überhaupt Champion geworden. So, jetzt wird's ernst. Gib mir mein Fahrrad wieder, du Arsch! Ach, dass Little Mac nie redet, ist schon irgendwo merkwürdig. Okay, die letzten fünf. Aaron Ryan. Du bist immer noch furchteinflößend, aber ich kenne den One-Hit-Schlag bei dir. Er bewegt sich da und dauernd als hätte er irgendeinen Anfall. Ah, ja. An dich muss ich mich noch ein bisschen erinnern. Ich kenne deinen One-Hit-Ko-Schlag noch, aber mehr weiß ich leider gerade nicht. So war das, okay. Ach, ja. Ich weiß wieder, wie er funktioniert hat. Autsch! Alter, hat er einen Donger. Ist euch das mal aufgefallen? Konnte ich da nicht einen Sternschlag passieren? Aua. Ach, ja. Das war das. Wo hab ich nochmal einen Sternschlag bei ihm kassiert? Den brauch ich. So, genau. Ich hab doch! Ach, nee. Komm. Da ersparen wir uns mal diese ganze Reset-Scheiße und... Ja. Gut, jetzt weiß ich wieder. Ich hab doch... Oh, Mann! Ich hab das Timing nicht mehr für den Kerl. Das ist das Schlimme. Nee, ich hab echt eins auf das Timing nicht mehr. Ich weiß, wie ich diesen einen Schlag kontern kann. Da hörst du aber auch schon wieder auf. Da, und da hörst du schon wieder auf. Da auch. Genau. Da kann ich auch noch gut. Gut. Ich brauch sowieso noch ein bisschen. Ah, das geht auch. Okay. Und? Zu früh. Okay. Gut, ich weiß aber noch, wie es ging. Ich weiß noch, wie es ging. Das war viel zu früh gerade, aber ich weiß noch, wie es ging. Ich krieg ihn One-Hit-Kaos. Das brauch ich auch. Ich bin ausgewichen! Ja, das ist... Das ist wie Kacke. Da hab ich in meine Pizza geworfen. Ich hätte mich heilen sollen. Ich hab da immer noch das Timing nicht raus. Ich sollte echt den Sternschlag bekommen, der von rechts... Ne, der von links kommt. Da krieg ich auch gratis Counter raus. Warum mach ich es mir so schwierig? Aua. Okay. Da krieg ich einen Sternpunch gratis, hallo? Oh, fuck! Ja, sehr gut. Mann, nö! Ja, das war kacke. Das war dumm von mir. Ich konzentriere mich auf... Okay, okay, warte. Okay, okay. Okay, okay. Okay, das ist gut. Immer noch zu früh? Das ist immer noch zu früh gewesen? Das kann ich dein Ernst sein. Okay, noch hab ich eine Chance. Ich hab noch meine Heilung. Okay, eine Chance hab ich noch. Hoffe ich. Aua. Der war dumm. Aber den krieg ich umsonst. Ich bin ausgewichen! Da... Hallo? Ja, weißt du was? Bleib. Ich bin ausgewichen gerade. Hallo? Ich weiß doch, was ich drücke. Ganz ehrlich, ich weiß doch, was ich drücke. Verarsch mich doch nicht. Ja, ist gut. Haben wir gesehen. Bis zum nächsten Mal. Sehr, Leute. Ech. Du hast es schwer gemacht. Du hast es so weit gemacht. Du kannst du jetzt nicht geben. Du kannst du jetzt nicht geben. Du kannst du jetzt nicht geben. Du kannst du jetzt geben.